TV Straßen Sound. Das ist der erste und der einzige Punkt, wo ich wahrscheinlich an diesem Tisch sagen werde, dass du da recht hast. Wieso heult der so rum bei dieser differenzierten Kritik? Die gehen jetzt davon aus, du bist jetzt auch mal Nazi oder wess rechts. Das hat dir niemand unterstellt. Ich habe nichts dagegen, wenn eine Frau eine Meinung sagt. Ich habe nur was dagegen, wenn eine Frau Bullshit labert. Zwei Monate nach dem Allmann-Song hier, um noch weiter darüber zu diskutieren. Aber niemand hat dir verboten, das zu sagen. Genau, niemand hat es mir verboten. Wenn aber diese Leute, die mich kritisiert hätten, damit durchgekommen wären, wären meine Karriere zerstört. Das ist ein bisschen so ein Kampf zwischen Rappern und Künstlern und irgendwie diesen Journalisten. Ich habe mit Flüchtlingen zusammen, danach in der WG gewohnt. Wer will mir überhaupt was erzählen? Du kleiner Fuchs, da weißt du ganz genau, wie du darauf antworten kannst. Seine Meinung vielleicht irgendwie sich ändert. Dann hätten wir die Welt doch zu einer Besseren gemacht, stimmt's? Dann hätten wir die Welt zu einer Besseren gemacht. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren zu TV-Straßensound heute mit einem Versus. Wir haben hier zwei Gäste eingeladen in Hannover, Cashmo, Versus, Steiger. Und ich wollte jetzt einfach mal ganz provokant sagen, Fight! Ich weiß gar nicht, ob es so wahnsinnig Versus wird. Es gibt ein paar Sachen, die ich an deiner Reaktion, glaube ich, kritisieren würde, die du auf die Kritik losgelassen hast. Also rein die Reaction-Videos, ne? Ja, so. Da würde ich sagen, da sind wir auf jeden Fall Versus. Und dann, ja Gott, wenn wir dann auf das Themenfeld Nationalismus oder nationale Identität kommen, ich glaube, da kann man sich wahrscheinlich sogar noch einigermaßen einig werden. Das werden wir sehen. Aber ich habe ja im Vorfeld, wir haben uns zwar vorgenommen, nicht zu sagen, dass wir etwas im Vorfeld besprochen haben, haben wir auch nicht. Ich habe auch im Vorfeld gesehen, dass du ja gut vorbereitet bist. Da bin ich auch mal gespannt. Ich bin komplett unvorbereitet in den Ring gekommen. Das heißt, quasi der Boxer, der noch gestern auf Party war und mit drei Promille die Nacht durchgemacht hat. Das heißt, ich bin spontan bereit. Ich bin da. Dann sollten wir das doch mal tun. Was hat dich denn gestört an den Reactions? Ja, also ich habe mich tatsächlich deshalb vorbereitet, weil ich dachte, wir müssen so ein bisschen in Themenfelder aufgliedern. Also mich hat zum Beispiel gestört an diesen Reactions. Ich habe den Eindruck, du hast gar nicht richtig zugehört, was diese Leute gemacht haben. Und ich habe mich echt gefragt, ey, wieso heult der so rum bei dieser differenzierten Kritik und speziell auch an dem Podcast von Jule Wasabi und Falk Schacht. Die haben das sehr, sehr höflich und distanziert auseinandergenommen. Also wirklich waren sehr, sehr differenziert. Ich finde, die haben nicht pauschalisiert und du hast dir halt, du hast überhaupt nicht richtig zugehört. Also fängt an wirklich bei der ersten Sache, wo sie sagt, er erzählt von persönlichen Erlebnissen und was sagt sie da, die sind indiskutabel. Oder das ist indiskutabel. Also das ist der Punkt, an dem du recht hast. Okay, da hast du sie falsch verstanden, oder? Genau, da hast du sie falsch verstanden. Also das ist der erste und der einzige Punkt, wo ich wahrscheinlich an diesem Tisch sagen werde, dass du da recht hast. Auch auf differenziert quasi, also sehr, sehr höflich, könnte ich das, wenn auch nur bei einem Falk Schacht, wenn so ansehen. Deswegen habe ich mich auch ehrlich gesagt auch nicht so krass auf den Schacht da so eingeschossen. Es ging halt für mich eher mehr um die Wasabi, wegen manchen Aussagen, die da getätigt worden sind. Und halt einfach so dieses, dass ich halt richtig spüre so, dass das Gefühl bei ihr geweckt wurde. Da ist gerade ein kleiner Hype. Jeder geht gerade quasi gegen den Brudi vor, gegen den Allmann-Song, als würde das gerade so eher cool sein, gegen mich zu sein, als für mich zu sein oder das irgendwie zu verstehen oder das zu feiern. Und dass sie deswegen halt so richtig versucht hat, einen auf Kacke zu hauen und in der Hoffnung so, da kann ich ein bisschen was jetzt so befürworter mit abgrasen. Aber das machst du doch auch, du bist in der Promophase, du hast doch auch das alles genommen, was da dann an Welle kam. Es gibt aber einen Unterschied zwischen mir und denen. Und zwar bei mir stand meine Karriere stand auf der Kippe. Weil, wie ich halt auch erklärt habe, wenn eine Berichterstattung von Toxic und so weiter auf so viele Ohren gestoßen wäre, die das bestätigt hätten, kann das Probleme für mich und für meine ganze Karriere verursachen. Das fängt ja bei Vertriebsdeals oder sonstigen Sachen an. Es gibt zum Beispiel im Background eine Story von jemandem aus meinem Umfeld, der hat aufgrund der Allmann-Thematik des Songs seinen Deal bei Universal verloren. Ich kann den Namen jetzt noch nicht nennen, aber das ist geschehen. Das weiß man gar nicht. Weil jemand mit dir dann zusammen war und weil die Leute dann so... Was ich dazu geäußert habe, hier und da, das hat ein paar Leuten in der Chefetage nicht geschmeckt. Und vielleicht auch so der eine oder andere Kontakt. Vielleicht war es aber auch gleich nur der letzte Grund zu sagen, so ey, jetzt geh mal... Das hat sich wirtschaftlich vielleicht auch vorher schon nicht... Ich weiß nicht, eigentlich nicht. Okay, pass auf. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, ich glaube, da sprichst du so diese Cancel-Culture an, oder? Genau. Dass es manchmal auch sehr, sehr übertrieben dann gehandhabt wird und dann aufgrund von Hörensagen und ey, du hast mit dem gehangen und deshalb canceln wir dich jetzt auch, dass dir sowas passiert. Und das will ich gar nicht... Also, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es passieren könnte, ja. Ja, deswegen musste ich ja auch so attackieren. Ja, weiß ich nicht, ob man so attackieren hätte. Du hättest das auch erklären können. Nein, ich habe mir im ersten Moment, wie gesagt, da gibt es ja diese Geschichte, wie ich halt erzählt habe, wenn eine Lüge erzählt wird, hat es zehn Leute erreicht. Irgendwann haben diese Leute diese Geschichte gehört. Die gehen jetzt davon aus, du bist jetzt, sagen wir mal, Nazi oder bist rechts. Ab dem Moment, wie gesagt, wie... Das hat dir niemand unterstellt. Genau, nein, aber ich will ja, ich will ja aber erklären, ich will, wenn man so einen Bericht macht, wie es HipHop.de gemacht hat, dann wird das schon sehr in die Richtung geschoben, dass ich von so Sympathisanten von der rechten Seite, AfD und diese ganze... Also es wird schon so ein bisschen so alles ein bisschen in die Richtung so gedrückt. Dadurch kriegt natürlich auch der Name Cashmo und generell der ganze Song Alman auch einen faden Beigeschmack. Und was ich halt meine ist, wenn irgendwann diese Geschichte erzählt wird, zehn Leute wissen jetzt, haben das gelesen und beschäftigen sich, sagen wir mal, ab dem Tag zum Beispiel ein halbes Jahr nicht mehr mit HipHop.de und ein halbes Jahr nicht mehr mit Cashmo. Diese Menschen sind jetzt draußen in der Welt und gehen davon aus, dass ich ein Rapper bin, der von einem rechten Mob so gesehen gefeiert wird. So, und auch wenn ich es jetzt drei, vier Wochen später erklären würde und es würde die Realität zum Vorschein kommen, dass ich gar nicht so bin, gibt es diese Menschen aber noch, die das glauben. Das heißt, in dem Punkt wurde mir schon Unrecht getan. Ich weiß auch noch, dass ich überlegt habe an dem Abend, als dann der Bericht von HipHop.de online ging, habe ich auch erst mal überlegt, soll ich jetzt darauf reagieren oder nicht? Eigentlich lächerlich, weil wir haben, wie gesagt, zwei Wochen vorher am Tisch gesessen mit dem Toxic. Da wusste ich aber, wenn ich nicht darauf reagiere, könnte das sein, dass das nachher komplett nach hinten losgeht. Vor allen Dingen, man darf auch nicht vergessen, ich war früher mal mit einem Thuni befreundet, der irgendwann komplett abgespaced ist in Richtung Islamfeindlichkeit und hier und da. Das war ja der Moment, wo ich mich auch davon dann abgewandt habe. Also, das kann sehr schnell so eine Kettenreaktion geben und deswegen musste ich auch natürlich hart und schnell auch reagieren, einfach damit es auch die breite Masse erreicht. Also, ich muss sagen, zu dieser Reaktion, ich finde schon, dass du dich da sehr auf Jule eingeschossen hast und das waren halt auch ganz eklige Sachen, die du dann halt auch mehr oder weniger gesagt hast. Das ist aus wie ein Pferd, wenn ich die Stimme höre. Ich bin halt Rapper, ne? Ja, aber ganz ernsthaft, das ist halt dann auch schon sehr auf die Frau eingeschossen und so übel bist du mit den anderen Jungs dann halt nicht rumgegangen und dann, oh, die haben ja penetriert, dann diese Fickbewegung und so weiter. Weißt du, das ist schon... Ja, die hat auch die herzen Aussagen getroffen. Ah, ja, aber nichtsdestotrotz habe ich schon auch ein bisschen den Eindruck gehabt, okay, da kritisiert ich eine Frau und dann haue ich ja jetzt nochmal extra drauf. Ja, okay, aber wenn, aber jetzt... War ja auch diese Aussage so, wann hast du schon mal eine Frau auf der Straße gesehen und so, hä? Wie meinst du, eine Frau auf der Straße gesehen? Das hast du in einem Reaction-Video gesagt, ja, weil Frauen sind ja nicht auf der Straße oder so. Ja, in der Regel haben die... Also, sie würde sich nicht da aussehen. Sie haben nicht, nein, eine Frau kann natürlich auch aus dem schlechten Viertel kommen oder von der Straße kommen oder und so weiter, aber sie hat natürlich in der Regel nicht den Werdegang eines heranwachsenden jungen Mannes halt in so einem Viertel, der sich natürlich beweisen muss, wo das dann alles ganz anders abläuft. Da wird ein Mädel zum Beispiel von den Brüdern als Beispiel beschützt oder von diesen Sachen halt ferngehalten. Das kannst du halt nicht miteinander vergleichen und vor allen Dingen, wenn dann halt, in der Regel ist es ja auch so, dass natürlich meine Landsleute, Deutsche, nicht aus solchen Lebenssituationen kommen und es in der Regel auch so ist, wenn du diese ganzen Leute dir mal anguckst, die bei mir irgendwie versucht haben, negativ zu kommentieren, wenn ich nur auf deren Profile gehe, dann sehe ich schon, das sind Leute oder vor allen Dingen diese Frauen... Die Lebenswelt nicht auskennen. Die kennen sich da gar nicht aus. Also, was nehmen die sich das Recht raus zu sagen, dass diese Dinge mir nicht widerfahren sind und dass, wenn ich einfach ganz normalen Zocken über diese Erfahrung mache, mir dann zu sagen, wenn ich mein Wording nicht ändere, ja, dann tut es mir leid, dann ist er für mich ein Nazi und Rassist. Pass auf. So, und da müssen wir jetzt ein bisschen reingehen und auch ein bisschen das auseinanderziehen, weil, was dir vorgeworfen wurde, waren die Bilder, die du benutzt hast. Und ich finde, das ist zum Beispiel etwas, die haben etwas, also niemand hat gesagt, dass du nicht über diese Erfahrung sprechen darfst. Das haben alle immer wieder betont. Auch in dem Artikel von hiphop.de stand es drin, in allen anderen Sachen habe ich das immer gehört. Du meinst den überarbeiteten hiphop.de Artikel, es gab ja erst einen anderen. Es gab doch, aber der wurde nur von rechtem Mob und... Ja, und danach wurde dann nochmal ein bisschen drauf, nochmal ein bisschen mehr drauf eingegangen. Ja, wir wissen ja, der ist nicht schlecht. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Also ich habe den Artikel gelesen, wie er jetzt online war. So, und da geht es einfach auch immer nur um deine Kunst. Es geht um die Bilder. Genau. Und was da gesagt wurde, ist, diese Bilder sind anschlussfähig für rechte Erzählungen, weil das sind genau die gleichen Bilder, die Rechte und Nazis halt benutzen. Und ich schwöre dir, und ich sage dir eins, die Nazis, die benutzen dich. Die benutzen solche Leute wie dich, weil die genau diese Erzählungen aufgreifen und genau darauf warten, dass Leute so etwas erzählen. Und dann kannst du jetzt sagen, ja nur weil die Nazis sagen, der Himmel ist blau, darf ich doch auch sagen, der Himmel ist blau. Aber das war ja auch so ein bisschen dein Argument. Aber im Endeffekt hat die Hip-Hop, oder die Hip-Hop-Journalisten haben einfach nur zu dir gesagt, hey, pass auf, wenn du diese Bilder benutzt, dann hast du unter Umständen das falsche Publikum. Ja, aber das Interessante ist ja, wie du sagst, die Nazis benutzen mich, das sagst du ja mit Überzeugung, aber ich habe ja dann noch vor kurzem, habe ich ja noch vor diesem Ex-Nazi, der dann irgendwie auch da noch ein, die haben auch irgendwie ein Reaction-Video auf den Einbahn-Song gemacht, irgendwie Alex Schlaffler, Schaffler oder irgendwie, so ein Typ auf jeden Fall, der auch ein Buch oder irgendwas, ich kannte den gar nicht, ich bin halt nur dadurch darauf aufmerksam geworden, mit noch jemand anders, die auch, glaube ich, da irgendwie was zum Melden mal hatten in deren Welt, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Die haben auch ein Reaction-Video dazu gemacht und sind natürlich dann auch auf diese Vorwürfe eingegangen, ob das jetzt zum Beispiel solche Leute ansprechen würde und die sagen halt ganz klar, absolut nicht, erstens, weil diese, es fängt schon mit der Musik an, was die schon mal gar nicht anspricht, ich gebe weiter. Ey, die Bilder in den komischen Befilmen. Zweitens, die Fahne, die mir vorgeworfen wird, ist die Fahne, die diese Leute verachten. So, die sagen, die sagen auch noch da, dass diese Fahne bei denen Schwarz-Rot-Senf genannt wird. So, das ist eigentlich eine Fahne, die die komplett halt verachten. Und genauso ist es ja, wenn die Leute auch von der Bildsprache reden, ob Wasabi oder sonst wer, warum wird immer der letzte Teil des Videos ausgelassen? Weil das wird einem Nazi auch nicht gefallen, wie ich zusammen mit einem Schwarzen, einem Kurden, einem Türken in einer Runde sitze, indem ich meine Geschichte erzähle, mit dem wir dann aufstehen, sind bildlich, bildlich, die Bildsprache vermitteln, hey, wir gehören zusammen. Lass uns zusammen diesen Weg gehen. So, warum wird auch, warum wird dieser Teil dann zum Beispiel auch ausgelassen? Und das wird einem Nazi oder einem AfDler ja auch nicht schmecken, was er da am Ende sieht. Ich glaube, weil die Leute halt einfach wirklich über dieses eine Bild stolpern und das ist das Einzige, worüber ich auch stolpern würde, ist dieses mit dem zugeklebten Mund und mit diesem X drauf. Also du bist auch ein Feind, also deswegen sind... Man darf nichts sagen, ja, das ist ja einfach immer die Erzählung der Rechten, ja, man darf ja nichts sagen. Ja, feierst du den, fandst du den Film American History X gut? Den ja, ehrlich gesagt, habe ich dir nicht gesehen. Den hast du nicht gesehen? Ah, du kleiner Fuchs, aber weißt du ganz genau, wie du darauf antworten kannst. Nee, ich bin tatsächlich ein Filmbanausiker. Also ist ja auch ein geschichtlicher Film, also einer, der auch, die kennt eigentlich ja jeder. Da ist ja auch die Geschichte, im ersten Teil ist die Geschichte von einem Nazi, der einen schwarzen... Das weiß ich. Genau, hast du irgendwie mal mitbekommen oder zufällig mal gesehen, aber vergessen. Und am Ende schwenkt der Film ja ins Positive um, dass er sich ja von all den Dingen halt abwendet. Das ist ja am Ende des Tages ja auch nichts anderes. Ich zeige erst mal eine beschissene Seite, aber vermittle ja am Ende was Positives. Mein Song ist genau eigentlich einfach nur das musikalische Gegenstück, wie von dem Film American History X. So, da wird aber auch nicht kritisiert. Da gehen auch nicht jetzt die ganzen linken oder politisch orientierten Leute raus und sagen, der Film muss jetzt von der Bildfläche verschwinden überall. So, weil die Leute das Positive im Film am Ende ja auch irgendwo sehen. So, und warum versuchen diese Leute, die versuchen mich zu kritisieren, nur das Negative zu sehen, aber nicht das Positive, was ich doch eigentlich damit vorhabe? Warum wird das ausgelassen? Weil das ist eine Verdrehung der Tatsachen. Weil es wird fremden Leuten, die mich vielleicht gar nicht kannten, ein Bild nur davon vermittelt, von den Dingen, die man jetzt schlecht auslegen könnte. Aber nicht von den positiven Dingen, die am Ende vorkommen. Weil damit ist das ganze Ding verdreht. Es ist nicht mehr die Realität, was sie den Leuten erzählt haben. Stimmt's? Ja, wenn du das jetzt so sagst und in dieser Breite dann auch erklärst, was ich mich jetzt frage, du hast die ganze Zeit gesagt, du hättest da angefragt und wolltest euch an den Tisch setzen. Bevor ich angegriffen habe. Und da gab es keine Reaktion darauf? Keine Reaktion. Ich habe eine Woche lang, eine Woche lang, jeden Tag um ein Gespräch gebeten. Mit jetzt Jule und Falk? Jule, Falk, egal wer. Es gab schon mehrere Leute. Hiphop.de habe ich nicht mehr darauf reagiert. Weil, wie gesagt, wir hatten ein Gespräch. Wir hatten auch ein ziemlich positives Gespräch, auch im Vorfeld vom Interview. Und auch nochmal im Nachgang. Und als dann dieser Bericht kommt und dann natürlich meine Reaktion kommt, dann intoxikt mich, dann anruft, dann ist für mich so, dann ist hier keine Verbindung mehr. Okay, insgesamt denke ich aber auch, dass es so ein bisschen so ein Kampf zwischen Rappern und Künstlern und irgendwie diesen Journalisten ist. Eigentlich nicht. Eigentlich, ich mochte die ganzen Journalisten immer. Ich war all die Jahre immer auf Frieden aus. Ich wollte immer gucken, dass immer alles so straight ist. Ich bin gar nicht so der Typ, der irgendwie so auf Krawall gebürstet ist. Ich habe mich auch nie von irgendwelchen Leuten, die in meinem Umfeld waren, die vielleicht auf Krawall aus waren, habe mich da auch nie mitreißen lassen. Ich war eigentlich immer so, ich komme den Leuten so entgegen, wie sie halt so zu mir sind. Zum Beispiel auch mit dir. Du hast gesagt, alles klar. Also ihr habt auch das Ding, was ihr da gemacht habt mit der Juju. Das war auch gar nicht so schlimm. Es war aber einfach für mich, ich habe auch wieder das Gefühl ein bisschen vermittelt bekommen, okay, hätte die jetzt gesagt, ja, ja, finde ich voll kacke, dies, das, jenes, wäre es halt einfach eine andere Runde geworden. Und das ist das, was mich gestört hat. Und deswegen habe ich auch gesagt, hey. Aber es war ja im Bayerisch so. Bei uns wird ja offen diskutiert. Genau, es ging schon nicht so ganz in die negative Richtung. Man hat halt ganz normal darüber diskutiert. Kann ich auch akzeptieren. Aber ich habe halt darum gebeten, trotzdem dieses Gespräch, dass das halt auch mal stattfinden muss. Deswegen, du bist auf mich zugekommen, hast gesagt, wenn ich sage, ich habe Bock drauf, dann geht man das hier auch auf eine respektvolle Ebene dann ein. Weißt du, was ich meine? Ich komme ja jetzt zum Beispiel auch nicht nachher und sage so, ich möchte jetzt mit dir so in den Ring steigen und ich hasse dich oder so, nur weil du jetzt zum Beispiel eine andere Ansicht hast. Ich respektiere die Ansicht der anderen. Aber da muss man sich auch mit mir wenigstens unterhalten. Und nicht einfach nur irgendwas in die Welt hinaus posaunen. Vor allen Dingen bei Leuten, die mich nicht kennen, die dann ein Bild von mir haben, was nicht das Richtige ist und sich dann zurückziehen. Aber wie gern hast du den VIV jetzt trotzdem mitgenommen? Boxen sind ja ausverkauft. Ja, die hätte ich auch so. Ich mache gute Mucke. Die hätte ich auch so ausverkauft. Also ich denke mal, das wäre nicht das Problem gewesen. Ja, eine Sache will ich noch sagen zu... Auch Falk Schacht wollte das sehr, sehr differenziert machen. Und da gebe ich dir jetzt auch nochmal ein Beispiel. Falk sagt... Nee, du sagst zuerst. Ja, wenn ich aus meinem Viertel rauskomme, dann ging es darum irgendwie so, wenn man aus diesem Viertel rauskommt, ist man halt dann Achim und der Deutsche und kriegt dann eher die Wohnung. Und darauf sagst du, wenn ich jetzt irgendwo anders hinkomme, ich habe Löcher in den Hosen und hier keinen Cent in der Tasche, dann werde ich genauso diskriminiert. Dann kriege ich meine Wohnung nicht. Und für die Schufa. Das ist ja ein genialer Punkt auch so. Und das ist ja eigentlich auch das Eigentliche, was mich daran stört, dass dieses Nationalitäten-Ding immer so aufgemacht wird. Weil im Endeffekt geht es nämlich um einen Kampf von unten gegen oben. Genau. Es geht um einen Kampf Arm gegen Reich. Und dann sagst du, wenn ich in einer anderen Gegend bin, dann kriege ich die Wohnung auch nicht, weil ich eine schlechte Schufa habe, weil ich die Löcher in der Hose habe. Zwei Minuten später sagt Falk das Gleiche. Es gibt Diskriminierung gegen arme Menschen. Und dann sagst du drauf, ja, nur weil ich in deinen Augen auch sehe wie ein Harzer. Machst du es ihm wieder als Vorwurf. Ich meine ganz ernsthaft. Du hörst doch nicht zu. Doch, ich habe gut zugehört. Er hat da bestimmte Begriffe gehabt für diese Diskriminierung. Aber Klassismus hat er das genannt. Klassismus aber noch irgendwie ein Begriff. Armutsdiskriminierung. Aber der hat das da ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Für mich war einfach da das Ding so, dass mir aufgefallen ist, dass es ja auch bei Twitter gab es ja viele, die gegen mich mal geschrieben haben. Vor allen Dingen Mädels, da gab es wahrscheinlich so die eine Anführerin, die eine... Mann, aber ganz ernsthaft. Spart ihr doch diese Scheiße, die sie auf dem Pferd und so weiter. Was soll ich denn? Das ist doch einfach... Das ist doch nur Spaß. Das ist doch nur Spaß, genau. Dann spart ihr doch auch in einem anderen Podcast, der so dog zu grüßen. Der Menschen geschlachtet hat. Das ist doch nur Spaß, oder? Das ist doch kein Spaß. Hey, kann man doch Sprüche machen. Wie ein Pferd aussehen, heißt aber nicht, weinende Mütter hinterlassen zu haben. Das ist dann schon wieder ein himmelweiter Unterschied. Warum wird denn darauf zum Beispiel nicht? Weil ich soll mein Wording ändern. Warum reagiert man auch auf sowas zum Beispiel nicht? Wie kann sowas? Weil das Ding ist. Weil das Theorie ist. Ja, weil Ding ist. Aber find's das cool? Find's das okay? Natürlich muss man... Nein, natürlich nicht. Danke. In diesem Log grüßt man nicht. Danke. Dem Wüns sprang die Hölle. Bitteschön, ja. Danke. Und da muss man halt dann auch sein Wording ändern. Und nicht immer nur mit dem Finger auf die anderen zeigen. Gut. Wir gehen jetzt gerade im Moralischen. Weißt du, so. Und ich meine, ich muss mich jetzt gerade machen für das, was andere Leute gesagt haben. Das kann ich nicht. Du hast ja auch nicht 100% in allen dieselben Meinung. Wir unterhalten uns ja quasi, was das angeht, das nur darüber, was diese Menschen halt gemacht haben. Aber ich unterhalte mich ja mit dir darüber, wie du darauf reagiert hast und was du meiner Meinung nach nicht gehört hast. Genau, aber es wird nur meine Reaktion als negativ angesehen, obwohl es ja nur auf eine negative Reaktion von ihnen basiert, weil sie meinen Song die Hälfte weggelassen haben. Also reagiere ich negativ auf eine negative Reaktion. Kollege, du bist Künstler. Du bedienst dich einer gewissen Bildsprache. Genau, eine Bildsprache. Aber warum... Da musst du dich dafür ja auch gerade machen. Wenn ich die Deutsche fahren und einen Schäfer und ins Videopack, warum wird bei all den ganzen anderen Rappern... 2020 haben und nicht mehr Flair-Album hier, Deutscher Adler, wie hieß das? Ja, aber was ist mit Kanga, also mit türkischen Flaggen, die wir in jedem Video sehen? Genau so beschissen. Genau, aber da wird es nicht so erwähnt. Ganz ernsthaft. Da wird es nicht erwähnt. Ja, von mir aus... Da kommt nicht so ein Hip-Hop.de-Bericht. Da wird es gefeiert. Ja, müsste man... Also bin ich benachteiligt, oder? Was das angeht. Und ich habe auch in einem Vis-a-Vie-Interview gesagt, ich brauche diese Flagge nicht. Ich brauche das alles nicht. Ich bin jemand, meine Philosophie ist, ich will es erstmal schaffen, den Status zu erreichen, dass ein Deutscher, auch wenn ich es gar nicht will, eine Deutschlandflagge aus dem Fenster hängen lassen könnte, das ganze Jahr da hängen lassen könnte und niemand vorbeigehen würde mit so einem komischen Fadenbeigeschmack und denken würde, ich glaube, der ist vielleicht rechts. Wenn man das geschafft hat, lasst uns gerne alle Nationen zusammensetzen, Fahnen nehmen, in den Müll schmeißen, verbrennen und drauf scheißen. Aber erst dann, oder was? Nein, aber ich will aber erst... Du hast es doch mitgekriegt, wie das ist, wenn man einsortiert wird. Ich meine, dieses Einsortieren, guck mal, für mich als echt alten Hip-Hop-Fan und auch als echt alten Hip-Hop-Aktivisten war das wirklich schmerzhaft zu sehen, dass so ab Mitte 2010er Jahre oder Nuller Jahre immer mehr Flaggen aufgetaucht sind. Und die Königsdisziplin war dann dieser T-Shirt-Hersteller, der dann diese ganzen Flaggen hergestellt hat. In Köln fing das, glaube ich, dann an, mit Echo und so Sachen. Schrecklich. Schrecklich. Ich dachte, was ist los mit Rap? Was ist los mit Hip-Hop? Es war immer so, ey, es ist scheißegal, woher du kommst, Hauptsache du bist fresh. Und plötzlich schwenkt jeder seine Nationalitäten frei. Das ist genau meine Meinung. Das finde ich richtig tragisch. Und das Schlimme daran ist, wenn jemand aus so einem Viertel kommt wie du, was nützt ihm seine Flagge? Ich bin, wie gesagt, ich bin ja da komplett auf deiner Seite. Ich stehe auch nicht dahinter. Ich brauche nicht dieses Fahnen- und Nationen-Ding. Dadurch grenzt man automatisch auch Leute halt aus. Dadurch entsteht ja auch diese Grüppchenbildung. Bei mir geht es einfach nur ums Prinzip, dass es bei jeder Nation weniger das Problem ist, als bei der deutschen Nation. Und das ist das, was mich halt ärgert. Und das ist etwas, da möchte ich dagegen vorgehen. Das ist eigentlich dann mehr so eine Trotzreaktion. Ich will die deutsche Fahne nicht aus meinem Fenster hängen. Ich möchte die deutsche Fahne auch nicht an meinem Auto hängen oder mein Auto in den Farben lackieren. Ich möchte aber einfach das Recht haben, die Option, wenn ich es... Die hast du doch. Nein, habe ich nicht. Weil dann die Bildsprache zum Beispiel kritisiert wird. Du meinst jetzt speziell an der Flagge? Genau, da wo zum Beispiel die Bildsprache, die Flagge ist, ein Teil dieser Bildsprache, die mit kritisiert wird. Der Chef-Hund kann es ja nicht sein. Das haben wir ja schon bei Carvus Calanta und so gesehen. Der hat den Chef-Hund zum Nazitier gemacht, getauft als das Nazitier. Was ja schon totaler, absoluter Bullshit ist. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Aber was hast du mit dem Mercedes zu tun? Habe ich hier irgendwas? Nein, ich habe hier was. Was ich mit dem Mercedes zu tun habe? Ich fahre ja ein Mercedes. Das ist doch ein geiles Auto. Ein Traumauto bei meiner S-Klasse. Echt? Und? Findest du auch gut, oder? Essling-Metting. Nein, ich habe nichts von Mercedes gehabt. Ich habe da nur meine Arbeitskraft hingetragen und die haben das Geld gemacht. Ja. Das ist doch scheiße. Aber du hättest gute Prozente bekommen, wenn du einen hättest. Ich weiß gar nicht. Ich meine, ich muss sagen, die haben da noch fünf Monate später noch anteiliges Weihnachtsgeld gezahlt. War nicht verkehrt. Ich mag das Auto. Das ist natürlich auch, Mercedes ist auch generell halt History. So, also erstes Auto und so weiter sind für mich die schönsten Autos, die es auf diesem Planeten gibt. Ich wollte ursprünglich eine Maybach in das Video packen, aber das hat dann zeitlich da nicht mehr gepasst. Dann war es dann halt eine S-Klasse. Finde ich, ist ein wunderschönes Auto. Finde ich, ist ein deutscher Automobil-Konzern. Damit hast du alles nichts zu tun. Doch, weil ich fahre im Endeffekt. Ich fahre doch dann. Ja, du fährst ihn, aber der Türke neben dir fährt dann auch. Genau, deswegen ist es doch keine, genau, du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Also ist es doch keine negative Bildsprache. Bei der Türke fährt dann auch. Ist es auch nicht. Ganz ernsthaft. Damit hast du doch beschädigt. Ich habe mit diesem Mercedes überhaupt kein Problem. Genau, aber mit der deutschen Fahne auch. Obwohl die Nazis die hassen. Die deutsche Fahne ist mir eigentlich relativ wurscht. Der Schäferhund, also? Mir, nein. Oder der amerikanische Adler. Das war einfach nur dieses... Oder der amerikanische Adler. Dieses Ding da. Das, genau das. Das war das einzige Bild, was ich nicht cool finde, weil das ganz einfach von den Rechten benutzt wird. Diese Erzählung. Ich habe es nie gesehen. Also ich habe kein AfD-Plakat gesehen. Man darf es nicht sagen. Okay, aber haben die jetzt... Okay, haben die aber jetzt ein Patent da drauf, auf den Satz? Ja, ich kann dir dies jetzt... Man darf nichts sagen. Jetzt habe ich diese Worte nicht mehr benutzt. Das ist ja auch, was ich in Reaction sage. Werden jetzt alle Sachen, die irgendein AfDler oder... Du darfst alles sagen. Nein. Du darfst alles sagen. Natürlich. Du kriegst Widerspruch. Aber du darfst alles sagen. Wir sitzen zwei Monate nach dem Allmann-Song hier, um noch weiter darüber zu diskutieren. Aber niemand hat mir verboten, das zu sagen. Genau. Niemand hat es mir verboten. Wenn aber diese Leute, die mich kritisiert hätten, damit durchgekommen wären, wenn man eine Karriere zerstört... Das weiß ich nicht. Das ist sehr, sehr hypothetisch. Das kannst du nicht beweisen. Das weiß ich nicht. Hätte ich nichts gesagt, wäre ich kein Risiko eingegangen. Nur dadurch, dass ich was gesagt habe, dass ich diesen Song gemacht habe, mit dieser Bildsprache, mich einfach frei geäußert habe, so wie ich es wollte, war ich in Gefahr. Weiß ich nicht. Doch, weißt du. Das ist eine Hypothese. Ich habe dir vorher gesagt, kann ich mir vorstellen, könnte es sein, dass in der aktuellen Situation manche Leute überhysterisch reagieren. Aber eher, aber eher, aber eher... Aber es hätte ja genauso gut sein können, dass wenn du in die Vollen gehst, dass es dann komplett aus ist mit deiner Karriere. Aber ich als Deutscher war doch eher im Risiko, als hätte es jetzt jemand anders gemacht. Ein Türke oder so. Stimmt's? Habe ich recht? Diesen Song. Hätte ihn jetzt ein Türke oder irgendwie sowas Ähnliches gemacht. Ach so, so ungewendet. Genau, es war mehr Risiko für mich doch als Deutscher, sowas zu tun, oder? Also nicht. Aufgrund unserer Geschichte. Warum hast du... Ja oder nein? Du musst es bestätigen oder begründen, warum nicht. Nein. Okay, warum wäre das bei dem dann genauso schlimm gewesen? Hätte das dann genau solche Reaktionen, Vertriebsdeals, die vielleicht aufgelöst werden und so weiter. Aber wo ist ein... Ist nicht. Du redest von vielleicht. Weil. Du redest von vielleicht. Weißt du, warum das nicht funktioniert hat? Weil ich sehr intelligent bin. Ich weiß, was ich zu reden habe und ich nicht aus einer Emotion, auch in diesem Gespräch und ich nicht aus einer politischen Überzeugung das Ding gemacht habe. Deswegen hat man es nicht geschafft, mich in die rechte Ecke zu schieben. Und weil ich immer richtig reagiert habe, hätte ich falsch reagiert. Nur ein falscher Satz. Ich weiß ganz genau, dass all die Hater und Kritiker... Okay, pass auf. Jedes Interview... Wir machen jetzt... Wir machen dann mal einen Schritt zurück. Wenn du eine politische Intention gehabt hättest, ja? Und mit dem rechten Rand geliebäugelt hättest, was du nicht hast... Habe ich nicht, genau. Dann wärst du zurechtgecancelt worden. Sorry. Wenn ich mit denen geliebäugelt hätte, dann natürlich. 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 Ja. Aber tue ich ja nicht. Ja. Aber es wird dann trotzdem... Okay, aber dann ist doch alles gut gegangen. Nein, aber die andere Seite will es nicht wahrhaben dann. Die will es dann nicht wahrhaben, sondern will es dann trotzdem. Die sagen, du bist trotzdem. Genau, weil ich weiß ja, die Kommentare, die ich von manchen Leuten... Die dann wahrscheinlich durch irgendwelche Gruppierungen... Die vielleicht ein bisschen mehr Follower hatten... Dann ab und... Das war ja auch bei mir schlagartig. Es war die ganze Zeit positives Feedback. Und auf einmal war es gefühlt... Okay. Vier Tage... Kommen auf einmal voll die Leute... Und auf einmal, es hat irgendeiner noch Knopf gedrückt... Zack, sind die weg. Gut. Das Problem, das ich jetzt habe, ist... Wenn ich dir jetzt hier die Absolution erteile und sage... Nein, du bist nicht rechts und ich nehme dir das jetzt ab. Ich glaube dir das jetzt und nächste Woche machst du das. Deine Thor-Steiner-Kollaboration... Ja, weil die dir gutes Geld angeboten haben... Und gesagt haben wir einen Cash-Mann und so weiter und so fort. Dann täusche ich mich. Der Cash muss niemals käuflich. Korrekt. Warum redest du eigentlich immer in der dritten Person von dir? Finde ich geil. Ist wie ein Gimmick. Die anderen tragen eine Maske, ich rede von mir in der dritten Person. Okay, finde ich gut. Der Steiger. Der Steiger sitzt hier mit einem Broody. Ja, genau. Also pass auf. Also ich nehme es dir ab. An dieser Stelle. Jetzt unter Vorbehalt. Und wenn du nächste Woche warst Königs Wusterhausen, gesponsert wirst und das annimmst und dann in Zwickau vor irgendwelchen Nazis auftrittst, dann habe ich mich getäuscht. Das könnte ich auch nicht von meinem Freundeskreis vertreten und auch nicht von meiner Community. Weil meine Community ist, wie gesagt, Menschen aller Herkunft. Wie soll ich das vertreten können? Es ist einfach nicht meine Sicht. Das ist halt auch so der Punkt, wo ich mir dann gewünscht hätte, vielleicht auch, dass das nochmal ein bisschen stärker gemacht wird. Dieses, wir leben hier zusammen, wir stehen hier zusammen, wir leben alle im selben Dreck. Dass das als Message vielleicht nochmal ein bisschen stärker gekommen wäre, auch bei den... Wenn die anderen das nicht so gemacht hätten, nicht mich als Feindbild auf einmal gesehen hätten und das Thema so aufgemacht hätten, den Allmann-Zong, dann wäre ich doch gerne zu jedem Interview gefahren und hätte mich doch dann gerne dafür stark gemacht und eingesetzt mit all diesen Leuten für mehr Zusammenhalt. Dazu bin ich ja gar nicht gekommen, weil man einfach versucht hat, mich zu zerstören, anzugreifen und mich in ein falsches Licht zu rücken. Verstehst du, was ich meine? Warum hat man nicht versucht, das Positive daraus zu leben? Genau das, was ich nämlich am Ende des Songs gemacht habe, hey, lass doch zusammen aufstehen, uns in die Arme nehmen und lass diesen Weg zusammengehen und zusammenhalten. Das ist das Ende des Songs, was ich vermittelt habe. Aber die Leute haben sich eingeschossen einfach nur auf die ersten Bilder, auf das, was sie gerne halt als negativ sehen wollen, weil das macht halt mehr Spaß, irgendwo ein bisschen so, ne, wie diesen Beef halt, statt diese Leute das aufgemacht hätten, was ich wirklich eigentlich damit aussagen wollte. Warum hatten denn Schacht und Wasabi mich nicht eingeladen und wir hätten darüber gesprochen? Ja, aber Leute, denen man psychische Krankheiten wünscht und sagt, hey, ich bin froh, wenn die in der Klapse landen, hey, verständlich, dass die dich nicht einladen wollen, oder? Ja, okay, aber wenn du draußen auf der Straße bist, einer kommt, der greift dich an, der gibt den Gong, da schlägt sie doch zurück. Ja, aber in welchem... Es ist ein Gong, es war nicht eine Berichterstattung über, ich finde den Song scheiße. Aber in welcher Welt leben wir denn eigentlich? Aber es war aber keine Berichterstattung darüber, wo man jetzt sagen könnte, okay, ich feiere einen Song nicht, sondern es hätte karrieretechnische Wirkung haben können. Ja gut, jetzt sind wir schon wieder an diesem Punkt, wo es sehr hypothetisch wird. Ja, aber weil es so ist... Gut, also du hast dich extrem angegriffen gefühlt, deshalb hast du dich so hart verteidigt und jetzt sind alle traurig und am Ende weinen alle. Ich bin glücklich, alle sind traurig. Du bist glücklich, weil andere Leute in der Klapse landen, oder was? So ist es halt manchmal. Ach, das ist auch schon ein bisschen dreckig. Das ist einfach nicht cool. Ja, aber das muss man mit sich selber klären. Ich muss ja auch mit mir, ich muss ja auch abends schlafen, dann mit dem Gedanken, dass eine Jule Wasabi Leuten erzählt hat, ich wäre ein Nazi und Rassist, weil ich mein Wording nicht geändert habe. Hat sie nicht. Ja doch, hat sie doch gesagt in dem Satz. Sie hat einfach nur gesagt, wenn du in Zukunft diese Bildsprache weiterhin benutzt, dann würde man das als Nazi und Rassist durchgehen lassen können. Also hat sie beschlossen, dass es so ist. Also sie hat dir gesagt, dann ist das so für mich. Oder? Ich kann jetzt an der Stelle wiederum nicht weiterreden, weil ich kann nicht für Jule Wasabi in letzter Konsequenz sprechen, was sie genau mit diesem Satz gesagt hat. Mann, du hast heute eine sehr gute Position, muss man echt sagen. Ja, ich habe diesen Satz nicht gesagt, deshalb kann ich es so nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du eindeutig Positionen beziehst, sagst, diese Leute will ich nicht haben. Ich weiß nicht, in deiner Cashmore-Army tummeln sich dann schon so ein paar verirrte Jugendliche, denen man auch nochmal sehr nachdrücklich ins Gewissen reden müsste. Ich weiß gar nicht, ob es das da wirklich gibt, weil ich habe eine Antihaltung ja gegen diese Art. Du unterschätzt diese modernen Nazis. Okay, vielleicht habe ich aber... Also wirklich, die unterschätzt du so ein bisschen, weil die strecken ihre Fühler schon in diese Hip-Hop-Welt aus. Ich habe mal einen wirklich in Cottbus getroffen, auf der Straße, der hat eine Demo abgefilmt, wo ich dann auch war. Ich bin rübergegangen und dann dreht er sich um und meint, Markus, was machst du denn hier? Der kannte mich, das war ein Nazi, der einfach Rap-Fan war. Und so, komm, lass mal ein Selfie machen. Ich so, sag mal, bist du bescheuert und stoßt ihn so weg, die Bulma dann auch sofort da. Aber die haben da keine Berührungsängste. Und die ignorieren den dritten Teil oder den letzten Teil deines Videos genauso, wie die Journalisten das ignorieren. Weißt du? Und das ist eine Gefahr. Also da würde ich dir echt empfehlen, mehr Kante, noch mehr Kante zu zeigen und zu sagen, ich will mit dem Abschauen nichts zu tun haben. Aber dann muss man jetzt, dann muss man es aber versuchen anders zu sagen. Wir sind ja generell alle dafür, auch du, dass wir Menschen nicht ausgrenzen wollen. Stimmt's? Ja, ich bin... Nee, pass auf, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich möchte, dass niemand in diesem Land und auf der Welt irgendwie eingeteilt wird nach einem größeren Kollektiv. Genau. Weil, ganz ernsthaft, das behindert menschliches Wachstum. Das hast du selber mitgeredet. Du als Deutscher machst das und das. Du als Türke bist sowieso hinterhältig oder sonst irgendwas. Weißt du, die Leute sind, was sie sind. Und wenn die Leute über dich sagen, zum Beispiel, ey, ein stabiler Deutscher, dann sagen die nicht Deutscher, der stabil ist, sondern ein stabiler Typ. Genau, aber was ich ja damit sagen wollte, ist, warum versuchen wir dann aber auch, weil du sagst, du musst noch stärker und noch mehr davor gehen. Aber warum lassen wir nicht die Türe zum Beispiel auch halb offen, als Beispiel. Ist jetzt nur so ein Gedankengang. Die Türe trotzdem halb offen für diese Leute, diese Leute, die sich dann vielleicht in unserer Welt mal verirren, weil sonst ist ja dieses Cancel-Ding. Lass sie doch mal reinkommen, so. Vielleicht können wir die in unserer Welt aber überzeugen, diese andere Welt zu verlassen. Es sei denn, du würdest sagen, nee, die sind eine, die haben... Guck mal, ich bin ein Typ, ich rede mit sehr, sehr vielen Leuten und ich versuche die Tür immer offen zu halten. Aber ich sehe schon auch natürlich die Gefahr und ganz ernsthaft jeden 16-Jährigen. Ich würde jeden 16-Jährigen versuchen einzusammeln in unsere Welt. Die Welt, so eine vortrittliche Welt, so eine internationalistische Welt oder was weiß ich, so eine Welt, in der wir alle Brüder und Schwestern sind, sehe ich bei dir jetzt aber nicht ganz präsentiert. Das ist schon auch so eine... Ja, ich habe ja... Jeder hat ja eine eigene Ideologie oder eine andere Welt an sich. Das heißt aber auch nicht, dass deine unbedingt immer die richtige sein muss. Das ist für dich, für dich ist dein Weg, wie du den gehst zum Beispiel so, das ist für dich so der beste Weg. So, wie du es gerne hättest. So, und ich habe ja auch eine eigene Sicht der Dinge. So, und oftmals überschneiden sich unsere Wege halt auch. Weißt du, da sind wir zum Beispiel ja eins. Wie zum Beispiel, dass ich nicht... Ich bin nicht für dieses Nationending, das interessiert mich halt alles nicht. Aber so, jeder hat ja trotzdem irgendwo seinen eigenen Weg, den er halt auch irgendwo geht oder seine eigene Idee. Das heißt aber nicht automatisch, dass das ja richtig ist. Wer von uns hat das Recht, darüber zu entscheiden, was richtig und was falsch ist? Wer von uns hat das Recht, darüber zu entscheiden, ob wir einen Nazi oder AfDler Zutritt zu einem Allmann-Song gewähren lassen sollten, auch wenn er vielleicht eine Woche lang darunter schreibt irgendwelche Nazi-Zitate, aber vielleicht am achten Tag auf einmal seine Meinung vielleicht irgendwie sich ändert. Dann hätten wir die Welt doch zu einer Besseren gemacht, stimmt's? Dann hätten wir die Welt zu einer Besseren gemacht. Nur weil wir sie nicht ausgegrenzt haben. Also man muss jedem Menschen ja auch irgendwie die Möglichkeit geben, zu einem besseren Mensch zu werden. Du bist da sehr, sehr zuversichtlich. Also du bist so sehr unzuversichtlich. Du sagst, das sind Menschen, die sind halt so alt verloren. Bei gewissen... Die sollte man weg damit... Wie gesagt, jeden 16-Jährigen versuchen einen zu sammeln. Aber ab welchem Alter sagst du... Die Nazis gehen einfach nicht klar. Es gibt Leute, die haben eine Ideologie und die kannst du nicht mehr überzeugen. Die sind hermetisch abgeschlossen in ihrer... Ja, aber jetzt nehmen wir mal einen gefestigten Nazi. Ein gefestigter Nazi wäre doch hier zum Beispiel der alte Opa aus dem neuen Edeka-Werbevideo. Hast du das gesehen? Nee. Da ist ein alter Opa, der hat eine ausländische Familie in seinem Haus wohnen. Und die machen immer Krachen, der kommt immer raus, der macht immer Stress, der ist so richtig anti in dieser Familie. Und dann sieht diese ausländische Familie irgendwann, dass er ein Schild an seiner Türe hat, dass er Corona hat, Abstand halten. So. Und dann ist Weihnachten, genau. Dann bringen die dem ja das Essen. Aber guck mal. Genau, ist lustig. Ist ein Emotionsding. Nein, ist jetzt ein Emotionsding. Aber stell dir mal vor... Es wäre so schön. Genau, es wäre so schön. Dann sag ich ja auch mal zu einer Perle, Bollywood gibt es nicht. Wieso eigentlich guckst du gerne französische Komödien an, weil die genau so sind. So am Schluss. Wenn es aber... Die Marokkaner und die Schwarzen, alle zusammen. Wenn es aber einmal wirklich so wäre. Es ist ja nicht ausgeschlossen. Guck mal, wie viele Menschen wir auf diesem Planeten haben. Es könnte ja sogar... Einmal aber nur ein Mensch. Ja. Ein Mensch, einen Menschen zu retten, rettet schon die Menschen. Ja, auf jeden Fall. Oder nicht? Ja. Ja. Und das ist vielleicht auch... Dann machst du aber doch einen Fehler. Guck mal. Guck mal. Weil du hättest das nicht versucht. Ein Freund von mir hat gesagt, guck mal, wenn ein türkischer Linker oder... ein kurdischer Linker irgendjemanden trifft, der im Sumpf des Faschismus ertrunken ist. Bis zur Haarspitze. Dann wird er am letzten Haar versuchen, den noch rauszuziehen. Wenn in Deutschland jemand einen Fleck auf der Weste hat, dann sagt er, hey, geh weg. Geh weg. Ja. So. Das ist der Unterschied. Und ich gebe dir recht. Ja. Wir sollten versuchen, alle zu retten. Und das ist ein wunderschönes Bild, was du da hast. Vielleicht habe ich das jetzt geschafft, zum Beispiel auch dich insoweit zu verändern, dass du jetzt auch Menschen über 16 die Chance gibst, noch in die normale Welt wieder Fuß zu fassen. Ich habe noch zwei Fragen. Also abgesehen davon, dass ich noch so ein paar abschließende Sachen zu diesem Nationalitäten-Ding machen möchte, also diese Deutschland-Flagge, ja, zum Beispiel irgendwie so bei Fußball-Weltmeisterschaft, ja, dann hängen alle irgendwie ihre Deutschland-Flaggen raus und haben dieses Deutschland-Trikot an und der Herr Bittburger steht daneben, weißt du, und du bezahlst auch noch für dieses Trikot, du bezahlst für diese Flagge und Herr Bittburger daneben schwenkt auch die Deutschland-Flagge und verdient an der ganzen Scheiße, an diesem ganzen Nationalitäten-Stolz. Am Ende ist Nationalität halt wirklich auch etwas, wo du ganz krass ausgenutzt wirst, um dann am Ende vielleicht sogar noch in den Krieg zu ziehen für etwas, was dich gar nichts angeht und am Ende bist du tot. Also es widerspricht unseren kompletten Interessen, gerade wenn es darum geht, dass man sich eigentlich zusammenschließen sollte und wir alle zusammen. Ja, aber Kriege jetzt in dem Sinne sind für mich ja auch gar nicht mal so Nationalitäten bin. Ich habe letztens noch mit einem Kollegen gesprochen, der 2010 in Afghanistan war, als dann halt da richtig gekracht hat und ihm halt mal seine Eindrücke auch mal so erzählt hat, wie es war, wenn du da, da war ja dieser große Überfall, wo die überfallen worden sind, weil der war halt dabei und da habe ich auch mit ihm darüber gesprochen und habe gesagt, guck mal, wie krass das ist, du bist dann hinter deiner Mauer da, irgendwie gerade in der Deckung und du denkst darüber nach, für wem mache ich das denn hier eigentlich. Du machst es aber eigentlich noch nicht mal, dann wird dir bewusst eigentlich, du machst es ja noch nicht mal für deine Nation, weil die anderen kämpfen ja auch, kämpfen jetzt für ihre Nation auch nicht so wirklich, die kämpfen einfach für ein paar überkrasse. Die kämpfen sogar tatsächlich für ihre Heimat. Ja, aber für mich ist es so, die kämpfen doch eher dann für irgendwelche schlauen Geschäftsleute, die gerade ein paar krasse Moves machen. So, ne? Also das ist ja für mich noch nicht mal das Nationending. Und bezogen auf das... Ja, aber Nationalitäten werden dazu ausgelöst. Genau, das wird so dargestellt. Am Schluss will halt jemand verdienen dran. Weil das zum Beispiel ist für mich Heuchelei. Weil entweder gehe ich mit der Deutschlandflagge oder Handy an meinem Balkon das ganze Jahr über und nicht nur einmal in vier Jahren zu einer Fußball-Weltmeisterschaft, das ist ja genauso wie mit Weihnachten, warum soll ich meinen Liebsten nicht das ganze Jahr über beschenken und versuchen für die da zu sein, mit dem zusammen zu essen. Warum muss ich so heuchlerisch nur an diesem einen Tag oder an diesen drei Tagen einen Friede, Freude, Eierkuchen machen? Also sowas ist für mich zum Beispiel Heuchelei. Ich mag sowas nicht. So entweder... Und das ist ja auch so, dass in der Regel die ganze Nachbarschaft erstmal guckt, wann hängen die ersten drei Fahnen draußen. Weil wenn ich der Vierte bin, dann muss ich zum Beispiel keine Angst haben, als rechts angesehen zu werden. Was die anderen zum Beispiel, die andere Nationen aber dann wiederum nicht haben. Das ist ja das, was ich ja auch eben kritisiert habe. Dass wir immer, wenn wir die Fahne zeigen, natürlich schon eher irgendwie in ein falsches Licht gerückt. Aber warum ist dir das so wahnsinnig wichtig? Einfach aus Prinzip. Aus Prinzip. Das ist wirklich auch so aus Prinzip. Weil ich es einfach unfair finde. Ich finde es nicht unfair, weil ich es dir zeigen will. Das ist vielleicht das falsche Wort. Ich will einfach die Option haben können, ohne dass so negative Gedanken dadurch entstehen. Und wenn wir das geschafft haben, dass wir alle gleichberechtigt sind. Wir sind ja alle für Gleichberechtigung. Wir wollen alle Gleichberechtigung. Wir wollen auch keine Ausgrenzung. Keine Ausgrenzung zu haben, bedeutet auch Gleichberechtigung. Und Gleichberechtigung... Ich kann Ihnen einigen noch ein Haus zeigen, das ist so voll mit Deutschland fahren und so. Passiert jetzt auch nichts. Also ich meine, man darf es doch mal. Ja klar, aber guck mal, was das für einen Eindruck hinterlassen hat bei dir, dass du dich so krass an dieses Haus erinnern kannst. Weil es auf dich sehr seltsam wirkt. Ey, ganz ernsthaft, seit dem Jugoslawienkrieg 1992, ich bin sehr alt, aber ich war in Jugoslawien oder dann in Kroatien. Seitdem sind alle Nationalschläge. Also früher hatte ich das wirklich so, oh, deutsche Nationalflaggen, irgendwie ein bisschen unangenehmes Gefühl und, oh, Frankreich, so schöne Farben, blau, weiß, rot, gefällt mir auch und so weiter. Aber seit damals und seitdem ich ja auch live gesehen habe, wie Leute, die zusammenwohnen, die nichts anderes wollen als Frieden, aufeinander losgehen, einfach nur, damit andere Leute Geschäfte machen können, seitdem sind sämtliche Flaggen für mich. Ja, wie gesagt, ich bin da komplett bei dir, 100% bei dir. Für mich ging es nur darum, ich möchte einfach nur das Recht haben und danach können wir sie gerne verbrennen. Da können wir dieser schwarzen Wolke, die für sehr viel Unheil gesorgt hat in vielen Nationen, können wir dir gerne hinterher schauen und wie sie dann von dannen zieht. Das ist alles für mich okay. Also du siehst ja, eigentlich haben wir dieselben Interessen, nur ich gehe die Sachen halt ein bisschen anders an. Ich weiß nicht, ob man da auf dem Weg nicht stecken bleibt, aber gut. Eigentlich nicht. Ich denke mal, ich glaube, ich habe einen guten Startschuss eigentlich gesetzt für die Leute, die es auch wirklich verstehen. Und das meine ich halt auch. Als Künstler müsstest du auch dankbar sein für diese ganze Geschichte. Ey, ganz ernsthaft, so viel Diskussion hat ja kaum jemand im letzten Jahr geschafft. Was mich am meisten gefreut hat, ist einfach so den Respekt und den Zuspruch von den ganzen Menschen bekommen zu haben, die nicht deutsch sind quasi. Die sagen, hey, stimmt, habe ich so gesehen, habe ich auch mitbekommen, der hat recht. So dieses Rückgrat zu haben, so zu sagen, ja, muss ich sagen, so stimmt, da haben wir oder manche Leute haben da mal ein bisschen Scheiße gebaut, ist nicht cool, weil dafür muss man auch halt Rückgrat haben. Das sind so die Sachen, die ich als sehr positiv aus der Sache herausgenommen habe. Nicht mal jetzt, ob irgendwie, ob ich dadurch jetzt 20 Boxen mehr verkauft habe oder so. Ich habe Tattoo-Geschäfte, damit mache ich mein Geld. Ich habe mehr Geld für das ganze Album ausgegeben, als ich überhaupt damit wieder reinholen kann. So, also das ist für mich komplett uninteressant. Diese Boxen, du kennst dieses Geschäft selber, dieses Boxengeschäft, weißt du selber, das ist nachher ein Plus-Minus-Null, bisschen Schatz, bisschen hier, bisschen da, für die kleinen Kids halt, so ist das halt. So, also wie gesagt, für mich ging es wirklich darum, dass ich gerne damit irgendwie einen Stein ins Rollen bringen möchte, dass man halt sowas wegbekommt, dass ein Deutscher draußen oder in dem Viertel nicht mehr Kartoffel genannt wird oder scheißdeutscher Altmann oder dass man versucht, den Glauben zu kritisieren, so, kommentieren mal oder so, weißt du, genauso, wie ich das ja auch nicht bei anderen mache. So, einfach diese Gleichberechtigung. In dem Bezug auch Gleichberechtigung auf die andere Sachen. Gesellschaftlich ist es halt, und das ist ja das, was dann auch immer wieder gesagt wurde, was du denn schon auch anerkennen müsstest, gesellschaftlich ist es aber halt so. Also, ja, ich habe gerade auch mit Davut nochmal darüber gesprochen, ey, vier, fünfmal am Tag kriegt er sehr deutlich zu spüren, ey, die akzeptieren mich hier nicht. Also, so wie ich aussehe. Glaub ich, 100 Prozent. Oder meine arabischen Freunde, irgendwie so, ich habe den einen gefragt, ey, so, hast du Momente, wo du nicht darüber nachdenkst, dass du so ein Araber in Deutschland bist? Und er sagt, nie, fast nie. Ich denke immer darüber nach, weil immer dieser Blick von außen, Shisha-Bart, Clan, Clan-Krimineller, bla, 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 passt hier nicht her. Ja, und das... Ne, du hast ja auch vollkommen recht. Also, ich glaube auch ganz ernsthaft, dass du mehr deshalb auf die Fresse bekommen hast, als wegen Leuten wie Jule Wasabi oder Falk Schacht, weil du hast das ja an der einen Stelle gesagt, hör, weil die Deutschen immer so geduckt gehen, habe ich auf die Fresse bekommen. Ne, du hast eher auf die Fresse bekommen, weil es den alten Nachbarn gab, der zu den Ausländerkindern gesagt hat, geht mal da hin, wo ihr hergekommen seid. Nein, also, in der Regel, ich war ja eigentlich auch einer der durchsetzenden Deutschen, also ich muss schon, ich muss leider da ein bisschen reingerät, ich kann da nicht ganz so stehen lassen, also so oft auf die Fresse bekommen habe ich auf jeden Fall nicht. Hast du, aber das hast du die ganze Zeit erzählt. Nein, es geht schon darum, wie ich mich durchboxen muss in dieser Welt. Natürlich habe ich viel krassere Schnellereien. Gut, aber in welcher Welt bist du denn? Zum Beispiel, wie gesagt, wir nehmen jetzt so eine... Das ist ja auch so eine krasse Männerwelt. Wir nehmen jetzt so einen Knastfreistundenhof. Ja, was ist so? Aber ganz ernsthaft, Knastfreistundenhof, das ist auch eine Verbrecherwelt. Ja, okay, dann nehmen wir jetzt aber, dann nehmen wir jetzt die Hochaufsiedlung. Irgendwo ist ja egal, wo, ob sie bei mir ist, ob sie... Als Beispiel, du sagst ja, ein Davut sagt dir, ja klar, ich merke, dass ich Ausländer bin und dass ich diskriminiert werde. Aber dasselbe habe ich auch, wenn ich nach Kreuzberg gehe oder so. Oder in solche... Das ist halt so, da merkst du das ja. Ich wohne ja in Kreuzberg. Genau, dann weißt du ja, was ich meine. Nee. Ja, weil du es nicht mehr siehst, weil du es gewohnt bist. Weil du es gewohnt bist. Gleich deshalb. Aber natürlich ist nicht jeder da so auf deiner Seite wie für die Leute, die wirklich von da kommen. So, verstehst du? Weil ich meine dieselben Nationen habe, die halten natürlich mehr zusammen da. Ist doch klar, oder? Die untereinander. Kann ich so nicht. Also, du weißt nicht, vielleicht... Das ist meine romantische Vorstellung. Es ist sehr geil, aber es ist sehr geil, wie du immer sagst, wenn du auf etwas nicht ja antworten kannst, weil es dann gelogen wäre, nein, aber auch nicht sagen kannst, dann weiß ich nicht. Ey, wenn ich jetzt hier sitze und sage ja, nein oder nein, das stimmt überhaupt nicht, weil ich bin da so in meinem Viertel verankert und für mich stehen auch die anderen, die von woanders kommen ein, was ist denn das für eine Aussage? Wie selbstgerecht ist denn das? Also, ich kann dir sagen, dass ich in meinem Haus mit allen guten Kontakt habe und ich schwöre dir, dass alle Jugendlichen aus meinem Haus sich für mich einsetzen würden. Ja, du bist aber auch natürlich eine andere Persönlichkeit. Aha, jetzt bin ich halt plötzlich eine andere Persönlichkeit. Du bist ja jetzt wieder der Privilegierte aus der Musikwelt, verstehst du? Der Kontakt zu Promis, der Kontakt zu Stars, das ist doch eine ganz andere Nummer. Genau, plötzlich ist es dann die Ausnahme. Ja, siehst du mal. Genau so funktioniert es doch immer mit der Ausnahme. Und du bist der Privilegierte, weil du hast die Durchsetzungsfähigkeit und du hast eine schnelle Ausmaulung. Aber ich war nicht der Privilegierte. Ich habe mich ja in diese Positionen gebracht, wie ich jetzt bin. Ich bin auch nicht der Privilegierte. Sollen wir jetzt Privilegierungs-Bingo spielen? Ja, absolut. Wer weniger Privilegiert war. Warum nicht? Oder wir trinken einfach erstmal einen Schluck Wasser, weil die Kehle schon so trocken ist. Da kannst du nochmal... Aber das ist doch das Bescheuerte an dieser ganzen Diskussion. Am Ende kommt es ja auf deine eigene Persönlichkeit an und wie du mit anderen Leuten umgehst. Das ist doch das Allerentscheidendste. Und dann sagt niemand irgendwie, der ist cool, weil er Deutscher ist, sondern der ist cool, weil er cool ist. Obwohl er Deutscher ist, obwohl er Sinti und Oma ist... Ich kenne aber den Satz immer nur, ich kenne aber den Satz in der Regel nur... Ah, der ist aber ein cooler Deutscher. Der ist ein Deutscher, aber der ist stramm. Der ist ein Deutscher, aber der ist stramm. Wie oft hast du das schon gehört? Ich nie, weil ich bin nicht stramm. Der ist ein Deutscher, aber der ist stramm. Jeder, der das jetzt hier gerade guckt, ich weiß ganz genau, wie die drunter kommentieren werden, dass es so ist. Und was sagst du denn? Der ist Türke, aber der ist trotzdem... Da ist es ja so, dass man dann eher sagt so... Ja, der ist Libanese, aber der ist voll der Lauch, der hat keine Familie, der hat nicht hier, der hat nicht da. Die kannst du ficken, quasi. Weißt du so. Sondern vielleicht eher so. Was ist das für eine Welt? Weißt du so... Ich habe die nicht gebaut. Nee, und da frage ich mich, da frage ich mich aber. Du sagst, hey, die Propaganda hat uns ausgetrieben, dass wir uns da zur Wehr setzen und so weiter. Was heißt denn für dich Kämpfer sein, Mann sein? Was ist denn das? Für mich ist Mann sein eigentlich auch eher so, immer den Menschen so entgegenzukommen, wie die allen auch selber entgegenkommen, dass man hilfsbereit ist, dass man sich gerade macht. Sich gerade macht, nein, sich gerade macht halt auch für Aussagen. Ich revidiere meine Aussagen zum Beispiel auch nicht. Das heißt, alles, was ich gesagt habe, dafür stehe ich als Mann ein. So, und ich habe, auch wie ich jetzt hier, mich nicht vorbereitet habe für dieses Gespräch, weil ich gehe wie ein Mann zu diesem Gespräch. Ich habe meine Einstellung, ich muss da kein Drehbuch jetzt dafür schreiben, um den Leuten irgendwie draußen zu gefallen. So bin ich unmännlich, weil ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch. Bis, äh, hat der Brudi halt ein bisschen mehr Corona gezeigt, ne, was das angeht. Ja, wir sitzen ja am Ende hier, haben nichts vorbereitet und schweigen uns an, oder was? Nein, dafür sind wir, glaube ich, beide viel, also dafür unterhalten wir uns viel zu gerne, ne, das wäre doch viel zu langweilig, oder? Ja. So, dann, du wolltest mich ja gerade austricksen, dann habe ich ja ganz schlau gemerkt, was ist Männlichkeit für dich, dann wolltest du natürlich dann direkt mit dem Konter kommen, was ist für dich Weiblichkeit dann, ne? Genau, weiblich, also Frauen machen sich nicht gerade für Aussagen, oder was? Genau, also du möchtest natürlich jetzt... Nein, das ist die Frage. Ja, natürlich, man, wir haben ja sehr starke Emanzipation in diesem Land, ne, also die Frauen, also Gleichberechtigung auf jeden Fall, ne? Also in diesem Land auf jeden Fall ist das ja schon sehr stark gegeben. Natürlich gibt es dann auch wieder kulturell oder was weiß ich was in anderen Bereichen oder anderen Häusern, da ist es dann vielleicht ein bisschen anders, weil die dann nach einem anderen Lifestyle haben, wo die Frau dann vielleicht etwas unterdrückter ist, kann ja sein. Nein, so, ich habe nichts dagegen, wenn eine Frau eine Meinung sagt, ich habe nichts dagegen, wenn eine Frau Bullshit labert. Ja. Das ist das. Wenn 18-jährige, 19-jährige Hippie-Weiber mir bei Twitter oder sonst wo, wo ich in jedem Bild sehe, dass sie aus einer vornehmen Gegend kommen, bei mir drunter kommentieren und mir absprechen wollen, was ich sage. Da geht es dir um die vornehme Gegend. Nein, da geht es mir einfach darum, dass sie noch, die kommen, weil die einer Gruppierung angehören und die kommen mir alle immer mit denselben Sätzen. Als Games in dieser Welt, wie so eine 10 Regel, so 10 Gebote. Ah, wenn der und der kommt, dann sag immer, ja, sobald er sein Viertel verlässt, ist er aber nicht mehr der Diskriminierte. Ah, und wenn er dann damit kommt, dann sagst du dann so und so und so, wurdest du wegen deiner schwarzen Haare oder wegen... Ey, ich habe die Sätze immer wieder... Das sind Menschen für mich, die keine eigene Meinung haben. Die labern alle... Weil die auswendig gelernte Sätze haben. Ich habe irgendeine Scheiße nach, sind 18 Jahre alt, sind gerade mal aus der Schule rausgekommen und wollen mir einerzählen. Okay, was juckt es dich? So, ja. Was juckt es dich? Mich juckt es, wenn die ungefähr 1200 Kommentare dann auf einmal auf einem Post hinterlassen, dann muss ich da. Und dann noch dieses Kindische halt noch da. Weil dann muss ich halt ein bisschen reagieren. Dann muss ich auch ein bisschen ärgern. Dann muss ich auch ein bisschen sexistisch werden. Warum? Ich muss mich ja an irgendwas bedienen. Warum ist man ein sexistisch? Ja, um dem ein bisschen weh zu tun. Aha. Du musst dir ein bisschen Schmerzen... Also, guck mal, weil ihr wollt ja... Also, nicht ihr, du hast ja damit gar nichts zu tun. Man will ja nicht... Also, Frauen sollen ja keine Gewalt zugefügt werden. Wenn ein Typ mich abfuckt und der treibt auf die Spitze, dann kann ich hingehen, kann ich ihm den Gong geben. So, ist ja so. Aber ich möchte ja nicht zu einer Frau gehen, ich möchte keine Frau schlagen. Ich schlage keine Frauen. Also, muss ich ja doch anders wehtun. Und wie soll ich denn sonst bei einer Frau, die mich beleidigt, zu wehr setzen? Indem du sie sexistisch beleidigst, oder was? Nee, ich möchte ja wissen, was ich machen kann. Argumentativ? Argumentativ? Nein, die lassen keine Argumentationen zu. Das heißt nicht, weil es gibt nur deren Ansicht. Die lassen keine Argumentationen zu. Was mache ich jetzt? Und die beleidigen mich dann noch auch. Du wirst von mir jetzt nicht zu hören kommen. Ja, beleidige sie sexistisch. Nein, wenn du aber kritisierst, wie ich es gemacht habe, möchte ich von dir die Lösung haben. Warum funktionieren Beleidigungen nicht unsexistisch? Das verstehe ich nicht. Das kann man nochmal machen. Probier es raus, du bist so ein kreativer Mensch, du bist so ein Rapper. Nein, es muss aber schmerzen. Es muss schmerzen. Nein, aber es muss eklig sein. Sag mir, wie ich es hätte machen können. Ich weiß nicht. Es ist immer schlecht, mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, dass sie Scheiße bauen. Sag mir die Lösung. Wieso? Ich bin doch kein Koch. Also, ich meine, ich muss kein Koch sein, um eine Suppe zu verzeihen. Okay, wenn du aber selber kennst. Also, wenn ich essen kann, muss ich nicht kochen können. Wenn ihr aber keine Lösung habt, die Leute, die das kritisieren, könnt ihr meine andere Leute beleidigen. Willst du jetzt von mir ein Rezept haben? Du bist der Rapper, du musst Punchlines haben. Genau. Ich sag dir, sexistisch muss ich sein, ist halt eklig. Ja, meine gehen dann halt in Richtung, was sagt ihr, irgendwelche Feministen, weil ich weiß ja, um welche Leine es sich da ging, worauf sich ja auch dann wieder aufgezogen wurde. Ich sag dir eins, dieser Antifeminismus, das ist die große Schnittstelle zwischen allen möglichen Arschlöchern dieser Welt. Wirklich. Da treffen sich Islamisten, Nazis und andere. Das muss ja gut sein, ja. Wirklich, und deshalb sollte man da wirklich auch ein bisschen drauf achten. Da treffen sich aber auch die Nicht-Nazis, das ist einfach so. Ja, ja, das meine ich ja, da treffen sich ja alle möglichen Arschlöchern. Also, also ist es ja eigentlich, trifft sich ja da gar nichts, weil dann kann man das ja, dann kann man das ja, dann kann man das. Du hast mich schon richtig verstanden, also, so, da sollte man auf jeden Fall ein bisschen, äh, ein bisschen drauf achten, dass man das nicht allzu sehr bedient wird. Genau, wenn die Frau mit mir auf normale, normale Weise diese Kommunikation und diese Debatte startet. Okay, also wenn Jule sich gerade macht für ihre Aussagen, dann respektierst du sie auch. Hab ich immer gesagt, ich hab gesagt, wenn die sich für ihre Aussagen, wenn, äh, nee, ich hab immer gesagt, wenn Jule Wasabe sich dafür gerade macht, ne, so, und sagt, hey, oder man setzt sich zusammen und so weiter, ist alles cool. Aber dieses, äh, einfach Totschweigen und ich höre dann von anderen Journalistinnen, die, eine, die ich kenne, die mich anruft, die eine Freundin von der Jule kennt und so weiter, was da im Hintergrund abgeht, wie die dann so versuchen, äh, ne, also, das feier ich halt nicht. Deswegen hat die Frau für mich keinen Respekt mehr. Da kann ich nichts dazu sagen. Genau, aber deswegen meine ich, aber deswegen hat diese Frau von mir keinen Respekt mehr verdient. Auch wenn die morgen einen Entschuldigungsbrief in die Welt rausposaunt. Achso, dann auch nicht. Auch nicht mehr. Weil es ist einfach so, wenn, wenn das Schiff jetzt wirklich komplett untergeht und dann zu sagen, ja, tut mir leid, das geht auch nicht. So, das hätte man machen müssen, da, wo ich mich erklärt habe, was mich aufregt. Und die eine Woche, bevor ich die Reaction gemacht habe, eine Woche lang um das Gespräch gebeten habe. Okay, das haben wir, das haben wir ja lang genug. Genau, aber dann ist, bin ich doch im Recht, oder was? Wie siehst du das? Ich habe mir diese Fragen, diese Ja-Nein-Fragen. Ja, so ist das halt, ne? Die Ja-Nein-Fragen, keine Ahnung, ob du... Weil sonst wäre es ja ein Schwammiges... Sonst wäre es ja ein Schwammiges... Wenn wir hier kein Ja und Nein hätten, wäre es ein schwammiges Gespräch, dann hätten wir uns das ganze Gespräch entsparen können. Wir müssen ja beide irgendwo was mitnehmen und den anderen verstehen, etwas bestätigen oder verneinen. Nein, das stimmt nicht. Doch klar, ein bisschen aber, oder? Ich kann ja ein Verständnis dafür haben, dass du so und so reagiert hast. Hast du ein Verständnis dafür? Ich habe ja ein Verständnis... Nein, ich habe ein Verständnis dafür, wenn man sich angegriffen fühlt, dass man dann in Gegenangriff geht. Und ich meine, wir haben das ja jetzt rausgearbeitet, dass deine Position sich ja tatsächlich... Oder dass du das ja nicht aus einem politischen Kalkül gemacht hast. Ja, ich finde, das bleibt ja auch so und dann können wir uns ja darauf einigen. Und insofern hast du es doch gemacht, du fühlst dich doch sowieso wohl in dir. Ja, weil... Du sagst doch, du hast doch sowieso alles richtig gemacht. Weil ich alles richtig gemacht habe, deswegen fühle ich mich wohl. Weil ich halt... Weil ich weiß, dass ich keine bösen Absichten hatte. Und ich weiß, dass ich... Okay, das finde ich aber... Das finde ich eine entscheidende Information. Ja? Behalte das. Wird immer... Dass du keine bösen Absichten hast. Es wird immer so bleiben. Das finde ich sympathisch. Es wird immer so bleiben. Es wird immer so bleiben. Also... Naja. Ich habe diese Voicemail gehört, die du bei WhatsApp abgesetzt hast. Da... Ne? Das ist alles andere als... Ja, die ist mit böser Absicht behaftet. Genau. Wahrhaftig. Das ist aber auf eine... Das ist auf einen Menschen bezogen, der versucht hat, mir zu schaden. Ja, aber sowas kommt zurück. Gerne. Ich bin da. Come on. Der Mensch, der im Recht ist, wird am Ende immer stehen bleiben. Kennst du diese Michael-Kohl-Hass-Geschichte? Ne. Deutsche Kultur und so? Ne. Du fragst mich jetzt über deutsche Kultur, um herauszufinden, ob ich mich doch vielleicht ein bisschen politisch mal hier arrangiert habe. Ja, gut. Wenn du sagst, es gibt ja auch positive Sachen in der deutschen Geschichte und so, dann habe ich mich schon gefragt, ja, was ist es denn? Ja, Mercedes voll positiv. Mercedes, sauerbraten. Ja, sauerbraten, mega. Ich sag dir eins, sauerbraten, ich esse alles. Weißt du? Ich habe so Kollegen, die sagen dann, wenn sie in gewissen Stadtteilen sehen, hier gibt es ja nur Döner, ich habe Bock auf eine Bockwurst. Für die ist so Essen-Gesinnungssache. Das finde ich total absurd. Ich esse, was mir schmeckt. Ja, bei mir ist es aber ähnlich. Aber einen sauerbraten finde ich halt geil, so ein Knödel. Genau. Also, wenn sie aber, das kennen sie genauso aus einem anderen Land. Also, die Garnelen kommen ja auch nicht aus dem Rhein. Und die esse ich auch gerne, oder? Ja. So, deswegen, Garnelen feiere ich auch. Also, habe ich mich nie darauf eingeschossen. Ich habe ja auch im Video kein sauerbraten als Bildsprache auf die Motorhaube vom Mercedes gestellt. Nee, aber das ist ja auch, weißt du, dass man dann Essen, so Nationalität festmacht. Und du erzählst ja auch, deine Kumpels kommen ja alle mit zum sauerbraten Essen, weil es halt schmeckt. Ja, das ist auch geil, ne? Ja. Ja, das ist das halt. Wie gesagt, bei uns ist alles auch, ne? Also, Michael Kohlhaas, der hat Recht gehabt. Irgendwie dem wurde Unrecht getan. Was weiß ich, irgendwie eine Kuh wurde eben geklaut oder so weiter. Und am Schluss ist er dann so auf so einen Rachefeldzug gezogen, wo er so ganze Landstriche kaputt gebrannt hat. Aber er war im Recht. Und das ist die typische Tragödie von Leuten, die sich im Recht fühlen und dann alles kaputt machen. Also, am Schluss ist er selber halt eben auch daran zugrunde gegangen. Ich habe aber nicht alle kaputt gemacht. Ich habe nicht alle kaputt gemacht. Ich habe nur den Typen kaputt gemacht, der mir die Kuh geklaut hat. Und nicht den Landstrich. Noch nicht. Würde ich auch niemals tun. Weil dafür bin ich doch... Ja gut, aber kann ich dich ja jetzt auch nicht davon überzeugen, dass du da eindenkst. Aber gut. Ja, habe ich doch. Weil ich ja den Landstrich nicht verwüsten werde. Also habe ich ja quasi. Du lest dir das auf jeden Fall immer so, wie du es brauchst. Gut. Okay. Ja. Hast du noch was? Ja. Hast du noch was? Na ja, eine Sache hätte ich doch. Gerade zum Männlichkeitsbilden und zum Kämpfer sein und so. Weil ich halt auch eben Leute kenne, die in Syrien gekämpft haben. Oder die da wirklich auch unterwegs waren, die sich wirklich hingestellt haben, gegen den islamischen Staat gekämpft haben. Und da ist das Männlichkeitsbild tatsächlich wirklich auch ein bisschen ein anderes. Sie kommen zurück. Und da ist es sehr, sehr verpönt, also den Harten zu machen und den Max zu machen. Die bemühen sich sehr. Der Kamerad zu sein ist das Gefühl. Genau, der Freund zu sein und auch der Freundin der Freund zu sein im Kampf. Da kennen wir auch viele Frauen. Und dann, wenn man im Alltag lebt, halt noch weicher, noch nachsichtiger zu sein, sich bemüht. Weißt du, das, was du gemeint hast, die Propaganda, die treibt uns das aus. Und wir würden deshalb keine Kämpfer sein, weil das hier, ich weiß nicht, die Logik habe ich nicht ganz verstanden, was Nationalstolz mit Kämpfer sein zu tun hat. Ich muss in den Kontext, auf welcher er jetzt noch mal bezogen war. Es ging sich ja darum, dass in der Regel meine Landsleute, sage ich jetzt mal so, sind halt nicht so, die, wenn jetzt mal, wenn jetzt irgendwo drei, vier Jungs mal kommen und es kracht, dann sind die ja meistens, die gehen dann zur Polizei oder hier, dann sind die ein bisschen anders groß geworden. Ja, aber das liegt doch eher am Viertel, wo die groß geworden sind. Genau, es liegt in deren Natur, ein bisschen Angst, das ist ja auch nicht der Zusammenhalt halt einfach nicht so. Wir Deutschen sind ja schon sehr egoistisch veranlagt. Also unsere Nation, wenn wir es jetzt mal so sehen. Ja, wir sind, ja gut, aber das ist ja in der westlichen Welt, ist das individualistisch. Also wenn ich jetzt auf der Baustelle arbeite, der Kollege neben mir ist nicht mehr mein Kollege, das ist mein Mitkonkurrent. Genau. Der ist genauso solo-selbstständig wie ich. Aber das liegt doch nicht. Die Mitkonkurrenten, die halten halt manchmal, die Mitkonkurrenten halten da halt ein bisschen mehr zusammen. Das heißt, dann bist du als Solo-Selbstständiger, als Deutscher, auf der Baustelle, das Viertel, quasi oftmals gegen einen alleine, gegen die rumänische Brigade zum Fünften angestellt wird. Ja, weil die halt zusammen, weil der einfach seine fünf Kumpels noch mitbringt, die dir dann halt natürlich das Leben schwer machen. Und das gibt es halt bei uns halt nicht. Das sagt nämlich, wenn du dann deinen Alman-Kumpel dann fragst, hey, guck mal, kannst du mir das aufmachen? Und sagen, nein, da habe ich nichts mit zu tun. Und das gibt es halt bei denen nicht. Und das sind halt so die Eigenschaften, die mich stören bei dem Deutschen halt. So. Kein Zusammenhalt halt. Was ja Kameradschaft, wie wir eben erkannt haben, Männlichkeit ist. Du hast selber bestätigt, dass das Männlichkeit ist. Nein, da ist die Kameradschaft ja auch unter oder mit Frauen ja genauso. Ja, ja, das ist ja okay. Ich sage ja auch nicht, dass ich nur mit Männern im Viertel, da habe ich nie von gesprochen, dass es nur eine Männerdomäne ist. Also du hast mir ja das quasi ja trotzdem bestätigt, dass das Männlichkeit ist. Also sind die... Dass das Männlichkeit ist? Dass Männlichkeit ist Kameradschaft. Nein. Das sind Attribute von Männlichkeit. Hast du ja gerade davor beschrieben. Nein, worauf ich hinaus wollte, dass das Männlichkeitsbild halt ein sehr viel weicheres ist. Genau. Obwohl es diese Art der Kämpfer. Aber dass du das schon eher so siehst. Nein, ich finde das schon richtig, dass man sich für seine Werte gerade macht natürlich. Und dass man da natürlich auch bereit ist, in den Kampf zu ziehen. Genau, diese Kameradschaft. Wenn ich an eine vordrückliche Welt glaube, ja... Diese Kameradschaft fehlt mir halt. Es geht sich in diese Kameradschaft nicht darum, nur in eine Schlacht zu ziehen. Die Kameradschaft könnte auch sein zum Beispiel, einem Nachbarn mit drei Mann zu helfen, einen Schrank aufzubauen. Genau. Aber da fände ich halt, da wäre es mir lieber, wenn diese Kameradschaft nicht aufgrund von Nationalität, Hautfarbe, sondern wir gehören zusammen. Wir leben hier zusammen. Wir unterstützen uns. Genau. Deswegen habe ich auch den Song gemacht, damit das aufhört. Alles klar. Deswegen habe ich den Song gemacht. Was soll ich denn sagen? Lass uns zusammen aufstehen, wir am Ende. Und lass uns nicht hassen, lass uns nicht ausgrenzen. Lass uns eins sein. Am Ende des Tages sind wir hier multikulturell in diesem Land. Ich bin von klein auf mit allen Nationen aus allen Ländern groß geworden. Ich war auf Flucht, bevor ich in den Knast kam, bin ich jeden Abend bei einer libanesischen Familie essen gegangen, weil da gerade die Fastenzeit war, da habe ich da was zu essen bekommen. So, ich bin mit all diesen Sachen groß geworden. So, ich kenne das. Ich habe mich in meiner Welt für mich alleine durchgesetzt. Ich habe halt zehnmal mehr eine Schlägerei gehabt, als vielleicht dann der Libanese und der Türke, weil ich halt erstmal der Allmann und der Opfer und die Kartoffel bin. So, und das sind halt einfach meine Geschichten, die ich halt erzählt habe. Obwohl ich mich zehnmal mehr schlagen musste, habe ich die Jungs danach trotzdem genauso geliebt und waren meine Brüder und habe mit denen zusammen Brenner, Tumpfischnudeln gekocht. Wir haben uns Pendeln im Knast hin und her geschickt, haben uns draußen getroffen und sind über die Runden gekommen. Ich habe mit Flüchtlingen zusammen danach in der WG gewohnt. Wer will mir überhaupt was erzählen? Ich war mit den Jungs, die gerade aus dem Irak geflüchtet sind, aus Äthiopien, in einer Wohnung vereint und wir haben jeden Abend geguckt, wie wir was zu essen kriegen. Ich habe in einer Flüchtlingswohnung gewohnt, so mit 18. So, deswegen, ich bin der Allerletzte, dem man da politische Interessen oder rechtes Gedanken dazu schreiben kann. Ja, das haben wir doch geklärt. So, und wir könnten uns auf dem Arm, wenn nicht Corona wäre. Das ist es. Da könnte man sogar liebkosen. Ja, also ich würde sagen, wenn du noch Fragen hast, bin ich noch dran, aber ich denke mal, wir haben eigentlich soweit alles geklärt. Wir haben ja soweit alles geklärt. Und bevor du jetzt weiterredest und das Ganze wieder mit dem Arsch einreißt, lassen wir es an dieser Stelle auch so stehen. Lassen wir es so stehen, alles klar. Also, der Bruder ist gar nicht immer so verkehrt, ne? In der dritten Person. Achim, du bist ganz okay. Jawohl. Geil. Geil. Untertitelung des ZDF, 2020